1522 schreibt Martin Luther über den Römerbrief. Diese Epistel, dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welche wohl würdig und wert ist, dass ein Christenmensch nicht allein von Wort und Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe als mit dem Brot der Seele. Recht hat der Mann. In einzigartiger Weise legt der Römerbrief das christliche Evangelium in seiner ganzen Bandbreite dar. Paulus spricht von dem Versagen von Menschen, Juden wie Heiden vor Gott, spricht von der in Christus geschenkten Erlösung, vom Wesen christlichen Glaubens, er spricht über Gottes Weg mit Israel und zeigt, dass dieses Evangelium in meinem und in deinem Leben konkret Gestalt gewinnen kann. Wir werden in dieser Vorlesung miteinander zum einen vertiefen, was es heißt, Brieftexte des Neuen Testaments auszulegen. Mein Wunsch ist, dass du lernst, selber eigenständig und mündig mit Gottes Wort umzugehen. Und zum Zweiten gehen wir den Brief Abschnitt für Abschnitt durch, schauen genau hin, was Paulus damals und dort gemeint hat und überlegen miteinander, was das heute und hier heißt. In der intensiven Beschäftigung mit dem Evangelium bekommen wir neue Perspektiven für uns, für die Gemeinden dieser Welt und für diese Welt. Ich freue mich drauf, das mit dir zu entdecken, mit dir durchzuarbeiten. Sei dabei. wenn dir mich nicht zuerst,angi everyone aus dem Weg. Aber nur das was mir Ein Jeremiahтов des Neuelelmanns. Wir können auchiesen haben. Wenn ich mich nach einer Bescher niveauer機會 soll, Beleig elderly.